Chinecredon ist ein industrielles organisches Pigment und organische Halbleiter mit roten bis violetten Farbtönen. Es wird zur Herstellung von Lacken, Kunststoffen und Druckfarben sowie für diverse Spezialanwendungen eingesetzt. Chinecredon bildet die Grundstruktur der Chinecredon-Pigmente. Struktur und Eigenschaften Chinecredon besteht aus fünf aneinander gereihten sechsgliedrigen Ringen und leitet sich strukturell von der Grundstruktur des Acridons ab. In dem die Acridon-Struktur verdoppelt und so aneinander gelegt wird, dass sich zwei periphere Sechsringe überlappen. Die zu beiden Seiten des zentralen Sechsrings sich anschließenden Ringe sind heteroaromatisch und entsprechen strukturell dem Vierpyridon. Die fünf Ringe können sowohl zu einer angularen als auch zu einer linearen Scheinereienform kondensieren. Beide Formen können zudem jeweils als Cis- und Transisomer auftreten. Damit ergeben sich vier verschiedene Isomere von Chinecredon, von denen nur das lineare Transisomer von Bedeutung ist. Das lineare Transchinecredon lässt sich in vier verschiedenen Kristallstrukturen kristallisieren, den Kristallmodifikationen Alpha-E, Alpha-2, Beta- und Gamma. Die Alpha-Modifikation wandeln sich bei hoher Temperatur in andere Phasen um. Die Beta- und die Gamma-Modifikation zeichnen sich durch eine hohe chemische und thermische Stabilität aus. Beide Modifikationen werden daher für technische Anwendungen eingesetzt. Die Kristallstruktur der Beta-Modifikation ist dadurch charakterisiert, dass entlang der Richtung der Wasserstoffbrückenbindungen die Moleküle zu einer Kette verbunden sind, wobei jedes Molekül mit zwei Nachbarn über je zwei Wasserstoffbrücken verbunden ist. Die Gamma-Modifikation von Chinecredon wird dagegen durch eine Kristallstruktur definiert, in der entlang der Richtung der Wasserstoffbrückenbindungen die Moleküle zueinander gekreuzt orientiert sind. Durch dieses Packungsmotiv ist jedes Molekül mit vier Nachbarn über je eine Wasserstoffbrücke verbunden. Chinecredon ist in den meisten Lösungsmitteln wie Zb. Wasser bei Raumtemperatur unlöslich. Gutlöslich ist es in den Medien Trifluoressichsäure oder in konzentrierter Schwefelsäure. Es wird daher vom menschlichen Körper nicht aufgenommen, die Haar. Es ist nicht bioverfügbar und daher ungiftig. Zeitung von Chinecredon ist in derretten Hand. was man muss. Unsich Eliot wird darauf bewältigt.